Jetzt überall im Handel. Fisch und Fang. Das Erlebnismagazin für Angler. Die März-Ausgabe. Und das sehen Sie unter anderem auf der beiliegenden DVD. Mit Matze und Didi auf Hecht. Wenn ein Kunstköder-Fan und ein Naturköder-Angler gemeinsame Sache machen, dann ist jede Menge Spannung garantiert. Begleiten Sie Dietmar Isaiasch und Matze Koch bei einer gemeinsamen Angeltour auf Hecht, bei der Sie ganz besondere Köderfische einsetzen wollen. Die Supernasen. An der Nahe bei Bingen versucht es Kai Chalupa in dieser Ausgabe auf einen ganz besonderen Zielfisch. Mit Futterkorb und Maden nimmt er Nasen ins Visier und gibt dabei jede Menge Tipps für einen erfolgreichen Ansitz. Profi-Liga. Auch im Rückspiel zwischen Florian Over und Jan Lok geht es um den Einzug ins Halbfinale. Wer folgt Uli Beyer und Veit Wilde in die nächste Runde? Am Rheinbeier Hammerstein muss Jan unbedingt punkten, um noch eine Chance auf ein Weiterkommen zu haben. Fisch und Fang. Das Erlebnismagazin für Angler. Die März-Ausgabe. Jetzt überall im Handel und natürlich wie immer mit Gratis-DVD. Mögen. 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 Mögen.